2012 ist kein Jahr wie jedes andere. Nein, 2012 ist ein Jahr für Helden. Mein Jahr. Ich denke, ich werde einiges bewegen. Mein Gott. Kleines, Großes. Etwas, was man nicht aufhalten kann. Ach du Scheiße. Menschen. Das wird hier ganz schön hässlich. Maschinen. Und wenn ich will, sogar die ganze Welt. Es ist die Apokalypse. Das Ende der Welt. Das ist kein Zufall. Es ist ein Schicksal. In allen Zeiten. Allen Dimensionen. Überall auf dieser Erde. Ich werde Arme reich und reiche arm machen. Ja, das ist gut. Wir haben 50.000 Flicks pro Tag. Vertrauen Sie mir. Ich bin Fahrer. Das ist mega. 2012 werde ich einfach jede Herausforderung annehmen. Nie vergessen. Immer stark. Jede Schlacht schlagen. Alle Kriege gewinnen. Das Wichtigste ist, dass Sie am Leben bleiben. Man wird mir zujubeln. Mich lieben. Und bewundern. Das war eine coole, oder? Ja. 2012 bin ich ein Held. Ja. 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 Ja.